Ja, liebe Viktorianer, ab sofort gibt es den Viktoria-Spieltagstipp. Heute haben wir unseren ersten Gast und das ist Mike Wunderlich. SV Waldhof Mannheim, SC Werl. 2-1. SV Wehen, Wiesbaden, Hallischer FC. 2-0. Bayern München 2 gegen TSV 1860 München. 1-3. SV Meppen gegen 1. FC Saarbrücken. 1-2. 1. FC Magdeburg, KFC Uerdingen. 2-0. FC Hansa Rostock, Spielvereinigung Unterhaching. 2-1. 1. FC Kaiserslautern, Viktoria Köln. 0-1. FC Ingolstadt gegen MSV Duisburg. 2-1. FSV Zwickau gegen den VfB Lübeck. 1-1. Türkgücü München gegen Dynamo Dresden. 0-2. Ja, wer ist also der beste Tipper, Mike Wunderlich oder ihr? Tippt dagegen und zwar hier in den Kommentaren. Kritik coolier! 4-1. 3-2. converteint.